hey freunde und willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal ich hoffe euch geht es allen gut bisher eigentlich recht gutes wetter ich hoffe ihr genießt es so wie es im moment geht weil ja ich habe eine videoidee bekommen knapp zwei monaten unter meinem schnee video wo ich in kurzer hose im stil war das verlinkt euch hier oben mal kurz und zwar war es diese kommentare ich blende jetzt hoffentlich ein und zwar kam die war dann der video idee dass ich mich mal schminken lassen soll dann habe ich mit demjenigen über instagram geschrieben er hat sehr lange also wirklich so zwei bis drei monate knapp schon wartet derjenige auf diese video idee es tut mir leid ich habe mich ich muss zugeben ja es war meine schwester keine bock kein bock kein bock kein bock aber auch sehr oft war ich der da keinen bock hatte und ja auf jeden fall ihr habt ihr den kommentar gelesen und auch im thumbnail und auch im titel erkannt ich lasse mich heute von meiner schwester schminken ich weiß nicht wie brutal das wird ja meine schwester hat schon ein paar sachen hier liegen auf meinem schreibtisch das zeige ich jetzt nicht alles aber was ich sagen kann ist das hier ich habe kein plan ich weiß ungefähr was hier drin ich darf mich auch noch nicht ich weiß ungefähr was da drin ist deswegen es wird brutal heute und ja lass auf jeden fall daumen nach oben dafür dieses video also wenn wir heute nicht die 15 likes wieder das wäre geil 15 likes mal wieder schaffen das wäre echt blöd aber ich hoffe wir schaffen es ich weiß nicht genau wann das video rauskommt wir haben es heute freitag wenn wir sagen ich rede jetzt schon seit zweieinhalb minuten so lange wie es nur geht ja aber ich würde sagen es geht jetzt los so ich bin jetzt ein tennis spieler geworden hier haben auch diese stundenbänder nein keine ahnung jetzt fallen mir meine haare nicht mehr ins gesicht das ist gut das nehme ich nachher wenn ich rausgehe also auf jeden fall würde ich sagen ich mache mein stativ ein bisschen besser hin du gehst aus jetzt geht es direkt los es sieht sehr komisch aus jetzt bei mir auf der kamera weil ich sehr lange wenn ich mir mit meinem handy aufgenommen habe aber ja du kannst mal loslegen ich mache noch mal einen kurzen cut und dann geht es los okay ich weiß jetzt nicht wie lange das video schon geht wahrscheinlich habe ich auch schon so eine minute zwei minuten rausgecuttet das video ist auf jeden fall los ja du kannst von mir aus loslegen ich weiß nicht wie viel ich da was ist das für ein scheiße ich weiß nicht wie jetzt das video verlaufen wird wahrscheinlich eher fast nicht mal die gerade straßen weiter was ist das die augen zu und dreh dich zu mir also ich weiß nicht aber das boah das schlingt ja nach scheiße kopf hoch wenn ihr weitere video ideen habt vielleicht nicht mehr so was das riecht mich jetzt schon auf aber das kann ich auch machen das kann ich einfach mit so schaumstoff dinge das geht auch dann schreibt es mir unten in die kommentare dann mache ich das auch wenn es zur jetzigen situation umsetzbar ist ich weiß nicht wie lange das dauert ich kann aber jetzt sehr wenig in die kamera gucken ich mache ich mache wahrscheinlich jetzt so eine kleine timelapse noch wie hier das weitergemacht wird und dann seht ihr das endprodukt wahrscheinlich von meinem gesicht ich weiß nicht ob wir die fingernägel auch noch machen mit dem nagellack das ich muss nachher noch mit meiner mutter mein altes schwarz oder was ist das das ist schwarz das ist so lila das ist grau und das ist schwarz ich muss meine mutter nachher nämlich noch was weg bringen und das stock schul aussehen ich habe nichts gegen schule aber es ist schon sehr sehr das ist auch das für hier oder so das ach du scheiße so sehr ist das die strich oder irgendwie so heißt die schweiz so gehe ich zu forschenen leute ich mache mal kurzen cut und dann okay meine schwester hat jetzt eyeliner oder wie das zeug heißt ich hoffe einfach nur dass das zeug ganz schnell weg geht ich weiß nicht wie man so was machen kann so aufmachen wo ich war nein ich so meine auge machst mache ich doch nicht das was ich weiß jetzt nicht wie viel ich davon als timelapse nehmen also ich habe ich habe heute nicht so brutal mich schminken ich muss dir ganz kurz erzählen meine schwester hatte bis gerade eben noch unterricht glaube ich auch und ich habe ich habe sie gefragt ob sie mit mir ein video drehen will weil sie ist eher so dass sie sagt ne und da habe ich gesagt ja ein schminkvideo du darfst mich schminken die hat ihr die hat das die hat ihr handy sofort ausgemacht ja klar ich bin ja ja dann ist es irgendwo das sieht so aus wie wenn ich keine ahnung irgendwie da links nervt das guck mal noch mal her wie wenn ich irgendwie keine ahnung in kohle gefallen bin das nervt von mir ist doch scheißegal wir machen jetzt meine nägel also wir machen jetzt nur noch ich mache nur ganz ich mache mal kurz und dann geht es direkt weiter also wir machen jetzt nur noch ganz ganz kurz ich weiß nicht warum menschen so was haben ich habe irgendwie dagegen habe ich nicht aber bitte was ist das das ist ja noch nicht alles das ist ich zeige es doch nicht so gut aber ich will das nicht auch von mir warum hat man so viel also meine fingernägel oder meine hände sehen noch so aus noch die gleich aussehen ich mache ich weiß nicht ob ich noch sie nimmt noch pink das richtig schwul aussieht also wenn ihr da jetzt kein like und abo da lasst dann weiß ich auch nicht das ist ja ich glaube ich mache so was auch nie wieder also vielleicht wenn ich immer nur eine million abos habe so eine million abonnenten special noch aber komplett schminken ich sehe das nicht so viel mit den mit den fingernägeln aber ich zeige das euch gleich mal oder ich stelle mal ganz kurz die kamera um so ich habe mich jetzt eigentlich wollte ich filmen wie meine schwester das macht aber da ist dass ich im moment nur die eine hand frei habe weil die andere bemalt wird wird das nichts so wir haben jetzt viertel zwei ich glaube wir haben eine gute gute 20 minuten 15 minuten haben wir jetzt gemacht so sehen meine fingernägel aus ich mache es mal so damit man auch so den daumen sieht ich würde mich jetzt gerne im gesicht kratzen aber ich weiß nicht wie viel ich dann damit verschmiere das ist mein gesicht noch na gut zum glück ist schon ein bisschen was verschmiert ja wir machen jetzt noch ein thumbnail damit das auch gesaved ist ja also warum mache ich sowas weil ich dumm bin warum bin ich dumm keine ahnung das kann mir auch noch keiner das kann mir auch niemand erzählen ne spaß ich habe gesagt schreibt videoideen ach ich kann nicht mal so machen schreibt videoideen unten in die kommentare damit ich jemand weiß nicht damit ich hier vielleicht mache ja ich hoffe natürlich euch hat dieses video gefallen wenn das so ist lass gerne einen daumen nach oben da hier könnt ihr jetzt meinen kanal abonnieren falls ihr es noch nicht getan habt hier links und rechts könnt ihr noch zwei weiteren videos und ja ansonsten folgt mir auch gerne auf instagram link dazu ist unten in der video beschreibung und ich würde sagen das was mit dem video haut rein ich lasse jetzt den mist trocknen und mach das dann und mach das dann wieder ab ich würde sagen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal lasst ein like da und ciao bis zum nächsten mal